Auf geht's! Du musst auszuchen! Hütze ist der Truppanführer! Ja! Ich führe uns zur Niederlage! Das ist sowieso mal sicher! Puh, da steigen viele andere aus! Ui, viel vorbeigeflogen! Im Einsatzgebiet eliminiert! Hey, da wohnt wissen schon wer! Ui! Da gibt's irgendwo Missionen, vielleicht Fensters Unser Dings ist grad gestorben Okay, der hat's quasi nicht lange überlebt Der ist ja auch irgendwo anders gelandet Dein Teammitglied ist im Gulag Nur wer überlebt wird erneut eingesetzt Wo ist denn da die Mission? Hm? Übermission Vorratskiste bereit für Nachholung! Machen wir sie auf die Suchen! Jetzt hab ich den Schaden vor dem Fallschirm gesehen und hab schon geglaubt, da kommt der Gegner rüber! Achtung! Dein Teammitglied wurde besiegt und ist zurück zur Basis unterwegs! Hä? Da ist noch ein Mobile entdeckt! Da ist noch ein Mobile entdeckt! Da ist noch ein Mobile entdeckt! Ich geh zur nächsten Sturmgewehr! Wer unterwegs zur nächsten Kisten? Ah so, drin! Okay! 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 Mach! Du bist gemein! Warum? Hast du es weggenommen? Jetzt hast du es wieder zurückgegeben! Die Wurfen! Ja, das war Schraubflinten! Wollte ich jetzt! Nein, das ist... Denks... Scharfschützen! Ach so! Wurscht! Cool, das gibt Kohle! Jetzt haben wir da noch Schönes! Ah, nix gescheites, gell! Oh, da sind Feinde! Kontakt! Da ist ein Heißel da drin, da ist? Ja! Oh, einer links! Oh, einer rechts! Passt! Da oben! Komm rein! Jetzt kommst du da oben an! Er kommt! Er kommt! Auf die Beine! Wir müssen los! Danke! Da ist der Dritte! Da draußen ist der Dritte jetzt gewesen! Jetzt gerade eine, von der Rückseite! Komm! Jawohl! Aber auch nur, wer ihm die Denksack geschossen hab! Die Rüstung hab ich ihm erledigt! Uh! M13! Upschrauben wir uns! Wir sind in der Zone! Also macht euch bereit für Angriffe! Spritzen nämlich gern einmal mit! So! Bist du deppert, ich bin reich! Ich war schon 6400! Das ist ja Wahnsinn! Da war ich irgendwo einer! Die haben wir ab jetzt... ...schön zusammen fertig gemacht! Ja! Von zwei Seiten, gell! So müsstest du eigentlich immer vorgehen! Im Team! Wir könnten unseren Kollegen wieder kaufen! Wo ist denn du da kaufen? Nein, der ist schon gegangen! Der ist schon gegangen! Also der ist schon gegangen, also depp! Aber wir können noch mal schauen, was es gibt! Da oben ist er noch! Wo am Teichl? Warte! Über... Du hast ihm noch einen mitgegeben, oder? Nein! Nein! Ich hab ihn noch erwischt, der! Uh! Entdeckt! Von wo? Achtung! Machen wir ab! In so einer Garage bin ich zuerst einmal rumgekommen! Ja! Da sind wir vorher gestanden! Am Dach ist er wieder runter! Er ist runtergekupft! Pass auf! Bisschen markieren müssen sie fast! Der ist K.O. Oben am Teichl, oder was? Ja! Ihr könnt dann einen Präzisionsluftschlag kaufen und aufs Dock setzen, ha? Da ist noch mehr einer oben am Teichl. Ja, da oben sinds. Hat zwei Hits. Ich bin K.O. aber ich bin auch K.O. Komme. Den muss ich den anderen auch aufstellen. Wir sollten jetzt irgendwie in eine andere Richtung gehen. Da sind wir natürlich jetzt sehr offen. Warte, ich k... Ich kauf mir geschmall einen Panzer. Ich hätt drei Panzer. Achso, ja jetzt hab ich genug. Passt. Ah, hält uns, hält uns! Oh, hinten ist er. Ein paar Hits hat er. Ich muss pushen, weil sonst holen Sie die anderen vom Teichl wieder. Ben. 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 Jetzt waren wir bissl umgezengelt. Bissl ist gut. Ich hab's geschafft. Hast du die Worte auf die du? Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Ah, da. Ich hab's geschafft. Nöblich. Ich hab' den Schild geschützt, auch nicht schlecht. Da ist nicht was. Das Schild geschützt. Aber da ist ein Sturmwolke, ein Fall. Ein Fall! Bildschirm aus. Neue Sicherheitszone gefunden! Kannst du mir jetzt ein bissel ein oder zwei so Ausrüstungsdinger geben? Ich wollt... Jetzt hab ich mich gespritzt. Ich bin verdrückt auch noch. Danke. Meine letzten zwei. Hast du dann keine mehr oder was? Ich bin eh voll. Ich frage, was wir jetzt tun? Irgendwo erhöhte Position suchen und hoffen, dass wir uns nicht gleich sehen. Sollen wir die Auslieferungskisten holen? Glaubst du nicht, dass da wer schaut drauf? Gessa. Ja, wobei wir sind eh gut ausgerüstet so wie es sind. Eben. Ich geh' in das Haus hinein. Ich geh mit. Oh, das ist noch. Da will ich ja spritzen. Ist gescheit. Schau mal da Richtung Teichelhaufe, oder? Mhm. Ich glaub das ergibt dann sein. Musst du da ein wenig weiter umverkreuern. Das ist so. Das Glas breitet sich auf! So nix mehr, gell? Nein. So ist es bist du! Oh, hier ist es! Schräg mir, Alter! Sechst du, da sieht man sehr recht schön markiert, die Teufel. Unsere Räume dann krebsen. Da hinten sinds. Ja, da liegt sich was. Schau mal auf die andere Seite, jetzt ist der von woanders gleich noch wieder aufgetaucht. Ja, hinter uns. Markiert. Der ist tot. Der war auf der anderen Seite noch beschossen worden. Da ist ein Hangar drin, wird er. Das Wasser kränkt er vor vorn grad. Da bewegt sich was. Da war einer. Oh, wird beschossen. Da ist ein Hangar, wird er. Da war einer, vor hinten. Die muss man schnell wieder neue Platten reinhauen. Wo ist der noch ein? Die letzten zwei Tue ist der. Direkt unter uns nicht wer. Ja. Einer hat kein Panzer mehr. Der andere auch nicht mehr. Da ist noch ein Kisto. Dann bin ich schon da. Halt dich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Ich hab Spezialmunition geladen. Der andere ist jetzt daheim. Oh, ich hab noch nie beschossen. Das ist ein Gefreister. Da ist ein Gefreister. Weitere auch noch was. Jetzt bin ich noch nicht mehr. Ich hab noch nicht mehr das. Ich hab noch nicht mehr. Weitere auch noch was. Ich hab noch nicht mehr. Ganz hinten! Aufpassen! Da bewegt sich was! Da hat einer Führer gesnippert. Ja. Hinter und zueinander wo ich hier. Das könnte auch interessant werden. Kill! Pass! Puh! Jetzt habe ich schon 4 Feinde erledigt. Sehr Wahnsinn! Wir müssen... Scheisse! Ja, hab's grad gesehen. Und verlierst am Boden! Hast du irgendwo ein Auto gesehen? Nö. Ich verdiene 14.000 Kohle. Aber ich habe dafür keine Panzerung mehr. Ich hab's da auch nicht kaufen können. Da ist eine Kiste drin. Ich schau mal sie noch schnell an. Da ist ein Panzerung. Oder ob ihr nicht aufklappt? Ich hab auch nicht aufklappt. Passt. Ich hau immer gleich mal rein. Da sind die irgendwo gleich oben in der Nähe. Ja, rechts von uns. Pass auf nicht, dass die da gleich irgendwo auftauchen. Da rechts von uns. Ich geh längst da rein, da kann man rein gehen. Ich bin schon da. Ziel aktualisiert! Diese Position sicher! Hast du den Auftrag jetzt abgenommen? Voll gescheit, gell? Ich bin vorbei geräunt. Scheisse, da kommt noch ne Masse. Doch, da. Da ist ein Stiegen. Unter dir. Du und deine Stiegen, alter. Da ist mir eine Kiste drin. Jetzt sind wir jetzt auch schon 17.000. Wir sind noch am Leben 19. Jetzt kommen wir die Killstreaks. Da ist einer. Haben wir gesehen? Ab da hoch! Ab da hoch! Ah! Sauber! Der hat mich! Was ist er noch am Dach? Nein! Er ist in die Garage nebenbei geräumt. Auf die Weine! Wir müssen los! Halt uns! Verdammt! Halt uns! Das ist aber jetzt bitter! Ah, fuck! Jetzt fahr'n wir gut! Du kommst noch in den Gulag, oder? Ja! Hör zu, Soldat! Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front! Aber wenn du verlierst, geht's auch! Du bist dran, Soldat! Ich muss bei meinem Headset geschwein' den Akku tauschen! Hehehehe! Hörst du mir wieder? Ja! Das sichern' ist aber auch nicht cool! Wenn du das hast, hast du genug Geld und kannst mir gleich hinten in dem Geschäft kaufen! Das ist der Plan, ja! Ich hoffe, da kommt jetzt keiner! Hast du nicht gerade eine Waffe aufgekommen? Äh, gut, da vorne liegen noch eine. Jawohl! Wo rennst du dich? Oh! Da drin irgendwo! Rechts! Ah, da! Uh! Geil! Ich hab' nur zwei Panzer-Range! Die halte da jetzt gleich mal raus! Oh, ich hab'n Präzisionsluftschlag aufgekloppt! Ja! Ja! Warte, ich geh'n hinterher wegen einer Waffen! So, jetzt ein bisschen came under! So, jetzt ein bisschen came under! Ich hab' die Panzerungen gefunden, gell! Brauchst du mir gar nicht mehr geben! Warte! Geh'n wir aber gleich weiter! Oh! 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 Du bist ja gut, gell! Da ist einer! Oh! Oh! Hinter mir! Hinter uns! Ja! Hab'n gsegn! Snapper! Ah, Homme. Fuck! Scheiße! Das war jetzt... ...schnell. Oh, oh, oh! Ja, von allen Seiten. Das ist verdammt offen da. Ah. Naja, so schlecht waren wir jetzt. Das ist eigentlich gut gekriegt. Mei, Trottel hätte einen Präzisionsluftschlag gehabt. Wenn man den jetzt eingesetzt hätte, hätte es geholt. Hätte man schon einsetzen müssen, bevor wir überhaupt durch das freie Felter kommen. Ah.